als ob der sommer nicht schon heiß genug war wir spielen den von euch sehr sehr häufig gewünschten new super mario bros u hack volcanic super mario bros u ok cool gemacht wie auch immer es geht hauptsache es geht und was machen wir jetzt mit 200er eq gar nicht von der anderen seite ausprobieren sondern direkt von der rechten seite nach links springen um festzustellen dass eine star coin fehlt was hallo macht mal bitte schneller oh gott was so so und 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 Untertitelung des ZDF, 2020